Hallo, schön Sie wiederzusehen. Im Video der digitale Alltag und die Folgen hatte ich abgesteckt, worum es bei der Digitalisierung der Lehre geht. Nicht nur um eine bloße Respektierung der Alltagswirklichkeit unserer Studierenden, sondern um die Erzeugung klar erkennbarer Mehrwerte durch neue Lehr- und Lernformate. Doch was heißt das nun genau? Was ist zu tun, damit wir dieses Ziel erreichen? Um das zu verstehen, schauen wir uns zunächst die Komponenten des Lehrens und Lernens an. Ausgangspunkt sind zwei mehr oder weniger sauber voneinander getrennte Phasen. Eine Phase der Inhaltsvermittlung und eine darauf folgende Phase der Inhaltsvertiefung. Diese können je nach Lehrformat an unterschiedlichen Orten stattfinden. Zum Beispiel Phase 1 im Hörsaal, Phase 2 außerhalb. Meist heute schon mit vielen digitalen Elementen unterstützt. Oder Phase 1 außerhalb und Phase 2 im Hörsaal. Und schließlich gibt es auch das Szenario, dass beide Phasen außerhalb stattfinden. Das Szenario, in dem beide Phasen Hörsaal gebunden sind, ist ein Spezialformat. Zum Beispiel eine Vorlesung mit anschließender Übung. Ein Format, das in unserem Zusammenhang zunächst keine Rolle spielt. Je nach Verortung der beiden Phasen lassen sich nun verschiedene Elemente zur Digitalisierung der Lehre nutzen. Im Hörsaal stehen uns eine Reihe von Technologien zur Verfügung, mit denen wir unsere Lehre bereichern können. Präsentationssoftware und Präsentationstechnologien, interaktive Whiteboards, Audience-Response-Systeme und natürlich mobile Geräte, die von den Studierenden im Hörsaal unter dem Motto Bring your own device genutzt werden. Zum Beispiel zur Recherche oder zum Zugriff auf digitale Begleitmaterialien. Mit entsprechender WLAN-Versorgung werden die mobilen Geräte mehr und mehr auch für das Live-Voting eingesetzt. Außerhalb vom Hörsaal stehen heute zahlreiche digitale Lehr- und Lernmaterialien bereit, von einfachen PDF-Dokumenten bis hin zu komplexen Multimediasystemen. Da die Produktion multimedialer Elemente enorm aufwendig ist, setzt man stattdessen meistens auf Lehrvideos und kombiniert diese mit anderen digitalen Elementen. Zusätzlich stehen uns noch eine Reihe größerer Szenarien zur Verfügung, mit denen beide Phasen des Lehrens und Lernens bereichert werden können. Dabei handelt es sich unter anderem um kollaborative Szenarien, die oft die sozialen Netzwerke integrieren, um die Nutzung offener Bildungsmaterialien sowie um Spiele und Simulationen oder um Szenarien, die eine Individualisierung des Lernens ermöglichen, um nur die wesentlichsten zu nennen. Mit diesen Szenarien können wir nun im Zusammenspiel mit den digitalen Elementen die Digitalisierung der Lehre realisieren. Idealerweise je nach Verortung der Phasen in einem Drei-Stufen-Modell. In einer ersten Stufe der Digitalisierung wird die klassische Lehre mit digitalen Elementen und Szenarien angereichert. Die Inhaltsvermittlung erfolgt im Hörsaal und nutzt die bekannten Hörsaal-Technologien. Die Inhaltsvertiefung erfolgt unter Zuhilfenahme digitalisierter Elemente wie Texten, Skripten und bisweilen auch Vorlesungsaufzeichnungen. Zusätzliche Szenarien werden nur bedingt genutzt, können aber durchaus zur weiteren Anreicherung beitragen. Zum Beispiel zusätzliche Anteile des Selbststudiums. Die zweite Stufe integriert die digitalen Elemente und Szenarien und macht sie zum unverzichtbaren Teil der Inhaltsvermittlung. Sie ist eng mit dem Konzept des Inverted Classroom verknüpft und nutzt die digitalen Elemente, zum Beispiel Lehrvideos, primär zur Inhaltsvermittlung, während die Inhaltsvertiefung mit bekannten Technologien, aber ohne groß angelegte Präsentationen im Hörsaal erfolgt. Das Bring-Your-Own-Device-Prinzip spielt dabei eine wichtige Rolle, insbesondere für die Datenrecherche und das Live-Voting. Um die für diese Stufe benötigten digitalen Materialien zu generieren, sind offene Bildungsmaterialien willkommen und für die Zusammenarbeit der Studierenden untereinander sind Szenarien der Kollaboration nun nahezu unverzichtbar geworden. Die Stufe 3 schließlich beinhaltet eine vollständige Virtualisierung der Lehre. Beide Phasen des Lehrens und Lernens sind nun vollständig digitalisiert und integrieren, wenn gewünscht, alle Szenarien des Lehrens und Lernens bis hin zu adaptiven Komponenten, die aus der Analyse von Lernerdaten entstehen. Alle drei Stufen haben natürlich Varianten, die durch die Akzentuierung der digitalen Elemente und der Szenarien entstehen. Und so können verschiedene neue Kursformate erzeugt werden. Welche das sind und was dazu notwendig ist, stelle ich in weiteren Videos in diesem Kanal dar. Zusätzlich ist die Frage zu lösen, woher bekommen wir die digitalen Elemente und wie können wir die Szenarien implementieren? Auch diese Frage werde ich in einem separaten Video diskutieren. Bis dahin, machen Sie es gut. Ich grüße Sie aus Marburg.